Besonders bei Transporten mit hohem Nutzlastbedarf erweist sich die Achslastanzeige als äußerst vorteilhaft. An jeder luftgefederten Achse erfassen Drucksensoren die Drücke in den Federbälgen. Das Steuergerät ermittelt daraus die aktuellen Achslasten. Deren Anzeige erfolgt im Fahrerdisplay. Bei B- und Entladevorgängen werden die angezeigten Werte ständig aktualisiert. Dadurch ist bei gewichtskritischen Fahrzeugbeladungen das Einhalten der maximal zulässigen Achslasten bequem möglich.